Hallo und willkommen zurück zu Chibi-Robo, Part Nummer 53. Ja, wie wir im letzten Part festgestellt haben, ist, äh, ja, Funky Phil verwelkt. Und, ja, müssen wir heute mal gucken, wie es weitergeht. Es hieß ja, dass wir uns um Diner kümmern sollen. Phil ist zum, Phil ist zum großen Chili-Gelage im Himmel eingeladen worden. Ich kann jetzt die Stimme von ihr gar nicht mehr machen. Waaah, Blumen, Blumen. Boom. Chibi-Robo, ich glaube, es wird ein ganz wenig Zeit vergehen müssen, bevor sich Steiner wieder erholt hat. Lass uns doch morgen vorbeikommen. Ah, dann könnten wir vermutlich die, äh, die Zeit vorstellen, denke ich mal. Hm. Ja gut, das machen wir einfach mal. Weil, ja, früher oder später müssen wir ja auch mal mit dem Game hier fertig werden. Ja, komplett geschlafen, Chibi. Auch wenn es etwas unangebracht ist. Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen arg. Also, ich würde nicht übertreiben, dass es jetzt mega traurig wäre, weil im Prinzip ist es ja eigentlich immer noch so ein buntes, fröhliches Spiel. Aber man sieht halt, dass auch in solchen Spielen das Ganze ein bisschen ernst dazu gehen kann. Nein. Und, ja, da muss man ja nicht unbedingt machen, ne, äh, das ist aber jetzt doof für das Spielzeug, dass es tot ist und klar. Weil, ich, ich bin da selbst nicht so. Also, wie gesagt, als ich das Spiel damals zum ersten Mal gespielt habe, da, äh, hatte ich halt dasselbe Gefühl wie jetzt. Ich piepste jetzt die ganze Zeit hier rum. Dass, äh, ja, dass man das so ein bisschen mitfühlt. Ich meine, man könnte das irgendwie besser rüberbringen, vielleicht mit Menschen oder was auch immer. Aber, warum sollte man da einen großen Unterschied machen? Im Prinzip ist es ja auch nur ein Spiel. Aber, wenn man halt so, ja, sich so in ein Spiel reindenken kann, egal wie die Figuren aussehen, dann, ja, dann hat man halt wirklich dieses Gefühl mit drin zu sein. Und dass einem das Spiel dann halt auch in dem Sinne auch Spaß machen könnte, wenn man sich halt hineinversetzt in die Figuren. Das ist ja genau das, was heutzutage bei diesen ganzen neuen, modernen Spielen, äh, gemacht wird. Bei denen man halt erstmal die ganzen Charaktere kennenlernt und dann nach und nach die Leute dann auch mal sterben. Ja, die Figur wird vermutlich nicht, also dieser komische Stofftier wird vermutlich nicht wach sein am Tag. Aber ich kann ja jetzt nochmal direkt nochmal hoch zum Ding gehen, zum Schlafzimmer. Vielleicht lässt sich ja, lässt ja Deiner mit sich reden. Hm, hm, hm. Und rein da, Chibi. Ja, also was noch auf unserer Liste steht, ist halt wirklich Deiner und die, äh, Funkyfield-Plakette. Und dann haben wir noch den, den Stofftier, gell, und das war's dann eigentlich schon. Und außer das hier, ich weiß immer nicht, warum ich die, äh, die, die Plakette nicht hab, weil ich mein, ich hab hier alles, ja. Ich mein auch irgendwo, äh, gelesen zu haben, dass es, äh, nicht nur die, ähm, nicht nur die Türen sind, sondern auch, äh, alles andere, was man so einsammeln kann. Aber das haben wir ja eigentlich alles gemacht. Wobei, nee, warte mal, halt, nee. Wir brauchen ja immer noch diesen Lego-Klotz, wo wir immer noch nicht wissen, wo der ist. Deiner fehlt ja immer noch ein Lego-Klotz. Da hier niemand isst, dürfte ja Deiner irgendwo rumstehen. Ja, die sind wir noch da oben. Hmm, 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 hmm. So, hoch da, Chibi. Ach, ich weiß auch, ich war doch gerade gar nicht mehr, was ich großzuhöse erzählen soll, bin ich ganz ehrlich. Ich merke, dass ich die ganze Zeit schon ruhig bin. Na, Deiner? Phil ist zum, zum... Ich sag dasselbe wie gestern, okay. Ja. Chibi-Robo! Okay, morgen heißt im Prinzip ein Tag, ein Tag, eine Nacht. Ähm, ich wollte eigentlich, ja, Chibi post hier ein bisschen. Ja, 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 komm, Chibi, hör auf. Oh man, äh, macht er sich doch wieder lustig über das Ganze. Verdammt, ich wollte eigentlich hier einpennen. Pennen wir mal ganz speziell ein. Fuck. Ach, ich seh grad, der legt sich ja wirklich ein Kissen hin. Nee, nee. Ist wirklich schade, dass es nicht so, dass die meisten Chibi-Robo-Spiele nicht zu uns gekommen sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders die DS-Teile. Wovon einer ja quasi der direkte Nachfolger zu diesem Spiel ist. Da habe ich mich nochmal genauer informiert. Und zwar, äh, also nicht groß spoilern lassen, aber so den Anfang, dass man quasi, äh, ähm, ja. Zu Jenny nach Hause kommt, die ja erwachsen ist und selbst ein Kind hat. Und, äh, das Spiel hat auch den, äh, passenden Titel Welcome Home. Ja, aber leider dadurch, dass es Japan-only ist, könnte ich da die Story gar nicht verstehen. Hm, hm. Ähm, wobei ich ja generell noch nicht mal wüsste, äh, wie ich aktuell das aufnehmen würde vom DS. Ich habe schon ein paar Mal geguckt, bei Ebay und auch so woanders da, ob man nicht unbedingt einen 3DS, aber einen alten DS umbauen kann. Und es gibt auch umgebaute DS. Problem ist nur, bietet irgendwie niemand zum Verkauf an. Ähm, ich wollte eigentlich das aufladen. Sollte mich vielleicht mal nicht, äh, aufhören, mich zu bewegen dabei. So. Und Deiner lässt du jetzt mit dir reden? Dam, dadam, dadam. Okay, die Mutter pennt. Immer noch da oben, alles klar. Ach ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nach wie vor immer noch ein sehr schönes Spiel. Es hat zwar seine Macken mit diesen ständig sich wiederholenden Dialogen. Und auch, äh, ja, dadurch auch die immer wiederholenden Zwischensequenzen. Zum Beispiel, als nur ständig in die Vergangenheit gereist sind. Oder dass halt immer wieder wiederholt wird, wenn man irgendwie was, äh, eingesammelt hat. Das ist nicht gut. Funky Phil wäre nicht erfreut, wenn er mich so sehen könnte. Für die Sprösslinge. Für Funky Phil. Ich, alter Dino, werde schon bald wieder im Sattel sitzen. Ihr bleibt schön hier, kleine Funkys. Ich werde euch eure Wünsche erfüllen. Okay. Ah, Chibi-Jung, hier runter. Wo ist sie jetzt denn eigentlich hingegangen? Ähm, wo ist sie denn jetzt? Also ich bin ja froh, dass es jetzt soweit geklappt hat, dass wir hier getriggert haben, dass sie jetzt weiter ist. Aber, äh, wo ist denn die jetzt hin? Äh, warte mal, ich gucke mal an ihrer, an ihren üblichen Platz. Da steht sie da oben hinterm Schrank. Weil, ja, ich stehe, ich gebe immer noch davon aus, dass wir ihr dann das letzte, äh, Lego-Stein, das Lego-Stein geben müssen. Aber wo der ist, kann natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie erst getriggert wird, dass man den letzten findet. Nö, die ist nicht oben. Na, dann können wir uns mal einen tiefen Sprung wagen. Eiei. Ja, die, wenn man ein Feld um so länger dauert, das auch. Da könnte man sich auch grob ausrechnen, wie viel Energie das verbrauchen würde. Warte mal, was hat sie denn vor? Hat sie irgendwas gemeint gehabt? Vielleicht gehe ich halt einfach mal nochmal jeden Raum ab. Ähm, dann müssen wir uns den Teleporter, geht auch schneller. Hm. Weil sonst war ja Deiner immer nur im, äh, im Schlafzimmer. Die ist, die ist ja sonst nirgends hingegangen. Aber, hm. Gut, laufen einfach mal ein paar Wege ab. Ich könnte ja, ah ja, stimmt, ich könnte ja nebenbei mal in die Küche gehen. Und mal wieder mit diesem Spielzeug spielen. Also mit diesem komischen Stofftier. Weil ich denke mal, dass es da genauso abläuft, dass man da ein paar Mal mit dem Plüsch reden muss. Ja, ich nenne es aber jetzt mal Plüsch. Und dass wir da früher oder später auch die Plakette bekommen. Ja, ihr könnt ruhig weiterspielen. Mir ist das egal. Jetzt mal wieder hoch hier. Das kommt mir wirklich so vor, als ob die einen verfolgen jetzt. Weil normalerweise war es ja immer so, dass die an einer Stelle gespawnt sind. Und dann, ja, dann sind sie abgehauen, wenn ich zu weit weggelaufen bin. Aber aktuell. Ah, ist ja übrigens klar, die Blumen blühen hier. Bald ist es soweit, Chibi-Robo. Ah, sind sogar verschiedene Blumen. Finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Dass man sich da so kleine Ideen gemacht hat. Ich gehe auch stark davon aus, dass das so diese Voridee war. Bevor dann dieses Park Patrol für den DS gekommen ist. Bei dem dann Chibi-Robo Ja, ein Gärtner ist. Auch wenn es nicht derselbe Chibi-Robo zu sein scheint. Du darfst mich Du darfst mich nur am Schwanz ziehen. Wenn ich in meiner Spielzeugform bin. Ach, soll das etwa heißen, dass wir mit ihm am Tag reden müssen? Ja, sorry Chibi, aber du hast ja eh keine Schmerzen mehr. Ich bin da ein bisschen faul, jetzt immer wieder den Helikopter auszupacken. Den Schrauber. Gut, das hätte ich mir auch denken können, dass ich mit dem vermutlich am Tag ihn direkt reden muss. Ah, da ist er, der Vater. Warte mal. Gucken die Fernsehen oder was ist los? Hallo? Plappernde Platinen? Das ist ja der Wahnsinn. Das Tamagotchi entwickelt sich recht gut. Ach so. Alles nur, weil du mir geholfen hast. Danke dafür, dass du so ein guter Kumpel bist. Ach so. Ja. Auch wenn es jetzt nur noch Spielerei ist. Plakette habe ich ja schon. Ist Deiner. Ich hätte mich vielleicht mal im Wohnzimmer besser umgucken sollen. Aber vielleicht ist ja Deiner irgendwo hier. Auch der Knochen. Da ist Gigerobo. Okay. Wo ist denn Deiner hin? Gigerobo, was machst du? Hm. Ich bin etwas verwirrt, Leute. Weil ich möchte eigentlich ungern nochmal gucken, wo was ist. Zwei aufgepowerte Roboter sitzen zusammen auf einer Schaukel. Ha, das ist köstlich. Könnte man ein Foto von machen. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich muss irgendwie die Tage so triggern, dass ja, keine Ahnung, dass Ah, warte mal, vielleicht ist ja im Keller irgendwas. Da war ich das ja auch schon länger nicht mehr. Die Zeit zeigt auch noch an, dass wir noch etwas Zeit haben. Ja. Ähm, ja. Keller. So, lass mal den Gbiro hier vorbei. Der muss Sachen erledigen. Ich frag mich immer noch, ob wir den Fernseher überhaupt einschalten können. Sei denn, es geht nicht. Und dann hat sich das da mit der letzten Plakette erledigt. So. Ich kann mal in den Keller gehen. Oder ist deiner irgendwo hier? Hm. Das ist natürlich die Frage. Na, hallo, Sergeant. Alles klar. Sergeant ist eh der Beste. Immer noch. Also, Sly. So, gibt es hier irgendwas Neues? Einfach mal runtergehen. Gucken. So, einmal aufladen und runter. Wie immer. Wie üblich. Oh, die Fröschringe jetzt überall liegen. Deiner. Bist du hier vielleicht irgendwo? Oh. Hey. Kollege, gib mir den Stein. Dass der den hat? Habe ich das übersehen immer? Oder was ist los? Willkommen, junger Suchender der Weisheit. Lass mich so direkt sein, wie der Kosmos selbst. Ich besitze einen Klotz, der für mich nicht von Interesse ist. Wie auch immer. Mir scheint, für dich ist er wohl wichtig. Daher will ich ihn dir für einen geringen Preis überlassen. Okay. Reinige deine Seele. Gib mir 1000. Na gut, kannst du haben. Momentan scheinst du 6491 zu besitzen. Wirst du ihn kaufen? Natürlich. Gib her mit dem Ding. Unglaublich. Er zahlt sich also aus. Er zahlt sich also aus zu fragen. Geht her mit dem Ding. Ja gut, der Witz ist nur, wo ist deiner? Vielen herzlichen Dank. Gier wird deine Seele korrumpieren. Ja, wie deine. Eine korrumpierte Seele muss gereinigt werden. Dann mach du mal. Ja, wo ist deiner jetzt hin? Natürlich die Frage. Also es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt auch wieder bis zum nächsten Tag oder so warten müssen. Wo ist sie? Wo können sie sein? Ich gehe jetzt einfach noch mal mal kurz hoch in den... Oder wisst ihr was? Ich mache einfach mal kurz Nacht. Nein, nein, nein. Nicht posen. Ich werde den falschen Knopf hier drücken. Äh, ja. Ja. Schön im großer Schlafanzug. Man muss noch einmal Nacht und einmal Tag. Wobei ich glaube, dass das dann sollte eine... ...Cutscene getriggert werden. dass die Partzeit wieder länger wird. Oh. Ja. Always the same. Nein. Lass mich gleich mal gucken hier. Wo könnte deiner sein? Hm. Ist natürlich die Frage, ob es sich jetzt auch lohnt, am Tag hochzugehen. Wenn nicht, würde es dann noch ein Part werden. Wobei, nee, wisst ihr was? Weil das dann... Weil das Ganze ja... ...zeitlich nicht mehr so ganz reicht, gehe ich jetzt einfach mal in die Küche und spiele mit diesem Stofftier. Mit diesem Plüsch. Scheint bestimmt irgendwas typisches, äh... Bekanntes in Japan zu sein oder auch nicht. Ich spiele es mir nur ein. Ja, ja. Ja. So. Und hoch da. Wo ist denn das Teil überhaupt? Das liegt ja nicht mehr am Tisch, oder was? Ähm. Hallo, Leute. Ah, da hinten steht's. Liegt's, okay. Ah, ich sehe gerade, die Blumen sind hier... ...gewachsen. Oh, möchtest du mich... ...möchtest du mich so sagen, dass du diese Blumen als Geschenke bereichst? Äh, ja, kann man machen. Flop. Wieder auch extra gesagt will, dass man es hier geben soll. Ja, trägt's einfach mal her. Da haben wir das auch mal gesehen dann. Kann ich mir dann für den nächsten Part aufheben. So. Kommen die Blumen noch. Ja, wie gesagt, es war nicht mit uns nicht erreicht, aber das mit dem Stoff hier würde ich gerne noch mal ausprobieren. Komm, Beeilung, Chibi. Dumm, di dumm, di dumm. Ja, dann wird der nächste Part wohl nur noch das mit der... mit Funky Phil und Deiner werden. Und ich glaube, dann wäre ich auch durch. Aber ich möchte nichts, äh, voreilig sagen. Wie war doch gleich dein Name. Oh, Chibi. Verstehst du dich gut mit, äh, Primo Puel? Bitte streichle ihn doch für mich. Ich bin viel zu schlampig. Ich würde ihn nur schmutzig machen. Ich kann es... am Schwanzen, natürlich. Hat er mir ja, hat uns ja gesagt. Ach ja. Oh. Chibi hat gar, hat, äh, ja, schreckt die Hände nach oben. Ich war es nicht. Ja, haben wir die Primo-Plakette bekommen. Sehr schön. Und das ist auch ein schöner Abschluss für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.